Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorping Plays. Der Kommentar des Tages ist heute der hier und zwar von einem Red Summer Faker. Okay, muss man vielleicht mal dazu sagen, aber trotzdem hat er geschrieben, da ist der alte Marcel Hashtag TryHard. Bezogen ist das Ganze auf mein Video von gestern, weil ich dort richtig getryhardt habe in Fortnite, Leute. Also auf jeden Fall habe ich gestern ganz, ganz spät ein Video hochgeladen. Wer das noch abchecken will, macht es jetzt auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ganz oben ist der Link, habe ich wirklich um 22.30 Uhr oder so hochgeladen. Das haben wahrscheinlich viele noch nicht gesehen. Auf jeden Fall gerne auschecken. Das sind auf jeden Fall bisher meine besten Gameplays mit dem neuen Skin sogar. Heute ist ja wieder Reaction Time, aber heute ist nicht DSDSN Time, sondern heute reagieren wir mal wieder auf ein Video. Und zwar hat mich der Titel so hart angesprochen. Drei Kills mit einer Kugel in Fortnite, Leute. Ich will wissen, was damit gemeint ist. Ihr kennt das Video, ihr wisst, wie es läuft. Let's go. Okay, hier mal wieder Easy Jump Pad Action und dann wird wahrscheinlich wieder Snipe ausgepackt. Natürlich. Oh, 15 Kills ist genau mein Ziel, was ich zur Zeit habe. Er hat es hier auf jeden Fall erreicht, schon mal. Nicht schlecht. Kommt das Intro natürlich wieder von BCC Trolling, das ist immer drin. Damit ihr wisst, von wem das Video ist, was ich mir gerade anschaue. Ich feiere das einfach, Leute. Okay. Also ihr habt mir auch so viel Sache für DSDSN eingesendet. Das kommt aber bald noch. Okay, was ist das hier? Okay, er verschont ihn wieder mal. Er hat wieder keine Waffe am Start. Tanzen zusammen jetzt. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich hingerichtet, oder? Ich meine, jetzt kann er eigentlich nichts anderes sein. Jetzt wird er gleich getötet, oder? Als ob er ihn jetzt verschont hat. Nein, als ob. Nein. Er wollte ihn verschonen, läuft in die Falle. Ich glaube es nicht, Alter. Okay, was haben wir hier? Er kämpft hier. Okay. Er hat das Astronaut sein so ein bisschen ernst genommen, glaube ich. Alles klar. Rocket. Oh, jetzt kommt er, der One-Shot wieder, oder? Ja, war jetzt nicht so ultimativ. Da habe ich heftige Rocket Rides gesehen. Vielleicht mit ihm hier? Oh mein Gott, hä? Wie geht das? Hä? Hat er ihn denn durchgesnipet? Oh, durch das kleine Loch da drin. Oh mein Gott, heftig. Er freut sich auch drüber. Das war heftig, Digga. Okay, er versucht sich hier so eine Skybase zu bauen. Aber es ist noch ein bisschen groß, die Zone dafür, wahrscheinlich. Okay, okay, was macht er? Nein. Oh mein Gott, wie badass ist das denn, Alter? Ich wusste nicht, was das geht. Man, das überlebt er einfach. Das glaube ich jetzt nicht, ey. Holy. Nein. Oh mein Gott. Nein. Nein, warte mal. Nein, das war zu heftig. Aber dann auch No Scope, weißt du? Dann auch No Scope, wenn schon, denn schon. Ich freue mich auf den Collateral, der im Titel steht. Auf jeden Fall. Also Collateral heißt ja 3 mit einer Kugel. Das gibt es ja bei COD schon immer, deswegen. Er fliegt auch schon wieder los. Hä, was ist denn da los, ey? Irgendwie immer auf solchen Gebäuden. Okay, Impulsgranate geht rein. Er fliegt raus und kassiert den Headshot. Alles klar. Okay. Ey, das ist so krass, diese Impulsgranate. Ich muss das auch lernen, mit gut zu spielen, ey. Das bringt schon teilweise was. Alles klar. Watch this No Scope. Ihm trifft er natürlich auch. Ich hätte ihn niemals getroffen. Aber was für ein Squad geht Fatal Fields raus, man? Das ist die nächste Frage, die ich mir hier stelle. Oh Gott, ey. Wie kann so eine Scar haben? Hallo? Ja. Verdient den Dept kassiert. Ohne Scheiß. Okay, was macht er? Okay, der Oven hat er welche mit dem Jumppad. Als ob er jetzt... Oh mein Gott. Als ob, digga. Okay, er versucht jetzt eine Collateral. Ich weiß, warum das geht, Leute. Ich check, warum das geht. Ich check, warum das geht, Leute. Heftig. Und zwar, wenn sie bei COD, wenn man das da macht, dann stellt man sich ja genau in eine Reihe in einer Snipe. Aber eine Sniperkugel hat ja keine Streuung bei COD. Aber hier, die Shotgun hat Streuung. Wahrscheinlich hat er hinten am wenigsten HP, der vorne am meisten. Und deswegen, weil er streut, geht das. Heftig. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, Alter. Aber wir sind hier zusammen in die selbe Lobby gekommen. Das check ich jetzt gerade nicht. Okay, die warten hier auf den Loot Drop. Wie geil ist das denn, Mann? Wie sie getanzt haben, Alter. Okay, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Warum hat er das gemacht? Warum hat er denn da getanzt? Das war der schlechteste Moment zum Tanzen überhaupt. Deswegen hat er jetzt verloren, Mann. Ach ja, im Übrigen kommt ja heute der neue Blitzmodus in Fortnite, Alter. Ich hab da auch schon so Bock drauf. Ich werde hier Fabian ist gerade duschen. Wir zocken hier die letzten Tage. Wir werden so hart nachher auch diesen Blitzmodus suchen. Und ich versuche, ich da morgen ein richtig geiles Gameplay rauszuhauen. Lasst auf jeden Fall auf das Video hier ein Like da schon mal da. Würde ich mich drüber freuen, Leute. Oder natürlich kostenlos abonnieren, ne? Sagt man jetzt mittlerweile so. Okay, er springt jetzt über die Shotgun-Kugel. Ja, war klar. Matrix. Guck mal, wie hat er bei ihm auch guckt? Ich liebe es immer. Aber es war heftig. Ja, es war gut. Okay, Untame ist einer. Es gibt keine bessere Position. So richtig geil im Headglitch. Oh, es war so traumhaft. So Zucker war das. Oh, so geil. I, Gitt, was ist das? Ich finde sowas irgendwie voll eklig so. Ich kann es gar nicht beschreiben. So eklig einfach. Okay. Also er sucht jetzt anscheinend da hinten die Gegner. Es leben noch, wahrscheinlich lebt noch genau ein Squad. Ja, also er und ein Squad vermute ich mal. Gucken, ob er das jetzt irgendwie holt. Er hat einen Golden. Was war das denn? Wie schlecht war das denn, Alter? Äh, das war's. Er wird sozusagen geschlagen. Ey, zu dritt ist das aber halt auch wirklich stark. Das ist ungefähr so stark wie, keine Ahnung, mit einer Pistole zu schießen. Wenn man zu dritt ist. 30 Schaden pro Sekunde. Schon nicht so schlecht. Er ist auf dem Loot Drop drauf. Ey, wenn ich so viel Ska-Munition. Ey, das war schon geil. Okay, er landet hier so wie ich immer. Er ist verkackt. Er ist bei Dingens gelandet. Neben Backsteinhaus. Ja, sowas passiert bei mir. Ich schwöre, das ist bei mir seit der Zeit auch so. Genau das. Oh, oh. Das war's nochmal wieder komplett. Oh mein Gott. Er hat so ein Glück gehabt. Er hat so ein Glück gehabt. Tires Anywhere sagt er noch so. Und dann sind da auch noch welche. Ich kann nicht mehr. Okay, was macht er hier? Oh, Impulskanat. Ich liebe das. Der wurde sogar gesniped, Alter. Wenn's mit dem Impulskanat noch nicht so gut läuft. Jumphead. Gucken, was da passiert. Ja, er gibt ihm jetzt die Falle, oder was? Aber ganz ehrlich, was hat der Typ erwartet? Warum ist er da jetzt gelandet? Wie kann man direkt in der Base des Gegners landen? Er fliegt immer noch durch die Gegner. Durchs Haus, einfach wie so ein Staubsauger. Nehmen wir auch die Scar. Achso, du hast schon eine. Digga, wieso haben die so viele Scars? Die heben die nicht auf. Der hat schon eine. Alles klar, was geht denn da los? Digga, die ganze Stadt ist abgebaut. Retail, was haben die denn da gemacht? What the fuck? Okay, das war abgesprochen, Leute. Das war hundertprozentig abgesprochen. Digga, was ist mit Retail los? Die ganze Stadt ist weg. Neuen Schaden war wiedergegeben. Kennt man. Der erste war neun Schaden. Okay, er will... Okay, er will ihm die Scar jetzt geben. Oh Gott. Schön gemacht. Real Ninja, okay. Alter, er ist so in der kranken Situation, wenn er das jetzt alles holt, ne? Oh mein Gott, Digga. Er macht das gerade so gut. Er macht das gerade so gut. Was hat der überhaupt für ein Ding ins Alter? Für ein Aim gerade. Wenn er jetzt so ein holt, dann hat er die Runde, glaube ich. Oh mein Gott, Digga. Wie viel Kiss ist der am Ende? Er hat auch nicht auf zu schreien. Ohhhh. Er hat immer noch... Ey, das Ding ist... Er soll das jetzt mal beenden, das Spiel, bitte. Wenn er es jetzt beendet, dann hat er es glaube. Ich mein, das ist ja so geil, Digga. Das ist so ne geile Szene. Komm schon. Oh mein Gott. Ich glaube es könnte der letzte sein. Nein, es ist immer noch nicht. Er fühlt sich gerade so heftig, Digga. Ich liebe das. was macht er denn mit dem was macht er gerade das ist so heftig das war auch richtig geiler clip leute ich würde es freuen dass wir bewerten würden lassen mir gerne ein abo da kostenlos oder ein like würde ich mich darüber freuen und schreiben kommentar damit auch du kommentar des tages werden kannst in der episode von morgen morgen wieder eigenes gameplay von mir dann würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder leute haut rein bis zum nächsten mal ciao